Ja, hallo Leute, hier ist euer Clown. Ja Leute, wie ihr seht, nicht mein Zimmer. Auch nicht das Zimmer meiner Eltern. Nein, das Zimmer gehört gar keinen. Wir sind nämlich nicht in Neubrandenburg. Ja, wir sind in Wismar. Wollte ich eigentlich gestern ein Video dazu machen, aber habe ich leider nicht geschafft. Leute, guckt. Hier ist der Fernseher. Ja, Lachbildfernseher. Mache ich mal kurz den Schalter um, weil wir wissen noch nicht, was es ist. Guckt Leute, das ist unser Bart. Mhm. Leute, ich werde jetzt rausgehen. Also, wir werden jetzt mal rausgehen. Denn ich habe nämlich was ganz, 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 ganz Interessantes vor. Ich will das nicht alle umbringen. Nein, Spaß. Ähm, so ein Typ bin ich ja nicht, wie ihr wisst. Wir gehen raus und ich cutte mal kurz, bis wir im Flur sind. Also bis gleich. So Leute, guckt mal hier. Guckt mal, Leute. Die geht so auf. Und, äh, ja Leute, wir sind jetzt im Flur und, äh, ja, wir sind im Flur. Komm, hier, was ist noch ein Spender. Und da ist, keine Ahnung, irgendwas. Da oben, also, hier ist der Ausgang, da ist der Markt. Und, Leute, guckt mal. Und, Leute, guckt mal. Und, Leute, guckt mal.